Autosherty präsentiert nun heute Mercedes-Benz AMG GTM, der Nachfolger von SLS AMG. Es ist die neue Version davon. Und SolarBee 4 in der Hubraum der neuen Motor V8, 585 PS. Die Fahrzeug ist der Hammer. Ich finde, es ist wieder was gelungenes Mercedes-Benz AMG. Er ist auf jeden Fall seinem Vormodell gelungen. Handling ist besser, finde ich, zum Fahren ist da auch angenehm. Die Fahrzeug sieht mit dieser Lackierung top aus. Die Keramik-Bembsanlage darf natürlich bei so einem Geschoss nicht fehlen. Drei Auspuffröhre wurden verbaut. Handröhre. Guckendes Geld. Ich habe Schrott. Wurte. Viele Sportschein-Sitze. Sport-Buckets-Sitz. Das ist die Fahrhühle. Die Endröhre haben mir die Sportsitze genommen. Er sieht einfach besser aus. Es passt auch zu dem Wack. Es ist richtig sportlich. Und hat auch dafür einen besseren Halt. Die Endröhre haben wir alles aus Carbon bestellt. Hier die Einstieg in Carbon. Hier genau dasselbe. Hier ist der Zauberknopf für die Sportauspuffanlage. Das ist kaum etwas. Das ist kaum etwas. Das ist gut. Der Sport-Alcantara Lenkrad. passt gut zu dem Wagen. Hier ist Trageinstellung, Tragekontroll, ist was brauchbares. Oben haben wir hier Funktion für den Lift. Achse, sprich wird abgesenkt. Karbon-Ableckung. Wandtraffung bei Apfelta bei HMG, Auto-Serie in Pumpe E, Auto-Serie in Germany. Die besten Fahrzeuge auf dem Markt. Vom Sportwagen bist du ein Sicherheitsfahrzeug. Von Luxuslimousinen über ein Hypercar, alles bei uns zu haben, BE Auto-Serie in Germany. Kommen Sie zu uns, kaufen Sie bei uns. Hier ist der große Bruder. SLS AMG Black Series, einzelne Fahrzeuge zu haben bei uns. Unfallfrei ist in dieser Zauber, hat bloß 5.000 km runter. Ein Top-Dichoss. Zex, mein Zex, bravus. Ein Zex, mein Zex, bravus. Mögen wir die Gisferze. immer wieder den Komplett Rock